Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Backplagory. Wir sind bei Folge 159. Wir müssen da vorne in dieses große Gebäude. Da ist der Typ drin, den wir killen müssen. Der komische Schamane. Hier waren wir schon mal, als wir diese Gruppchen auch töten mussten. Da drin. Haben wir Fernsicht? Jetzt mal Fernsicht. Tja, irgendetwas wird anfinden. Wir müssen erstmal alles killen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber das kriegen wir hin. Da denke ich mal hin. Ja, da ist er. Gut. Der wollte jetzt auch nicht weglaufen. Das ist sehr gut. Wir müssen alles drumherum sauber machen. Das ist immer ein bisschen problematisch. Ach so, ich dachte, du willst doch weglaufen. Zu früh gefreut oder so. Ne, aber alles gut. Hab nur Akku gezogen. Wie so oft. Ähm. Auch was. Aber trinken wir auch mal was. Immer gut. So. Okay. Wir müssen noch mal auf Pult. Okay. Okay. So. Okay. So. Dann kommen wir erstmal unseren Freund wieder. Essen und trinken. Ja, das mit dem Totem ist, ähm, okay, das Totem geht weg, alles gut. Drei Stück sind das, ne? Wir machen das am besten so, wenn, dann, okay, wir können das ja wieder totstellen, das ist ja auch gut. Und, das war schon. Mhm. Sieht eigentlich ganz gut aus, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn man denken könnte, sieht nicht so gut aus. Ich gehe schnell sammeln. Achso, der hatte gar nichts mehr, den brauchst du nur killen, okay, cool. Aufregung pur hier, das ist nix für mich am frühen Morgen, das hat man gut gemacht. Ja, hallo, hallo, hallo. Reis... Schnell weg. Schraupf zu mir. Och, guck mal, Alter. Hat auch keinen Bock mehr, ne? Versuchen wir den auch gleich zu killen, wenn der sich hier schon anbietet. Das kann ich mir nicht geben, nein. Machen wir jetzt ein Stück runter, wegen dem da. Dann machen wir das nämlich auch frei. Ja, wir müssen aufpassen. Das dürfte eigentlich funktionieren. Hoffe ich doch mal. Okay, auch nie oder auch nicht. Ich habe gar nicht geguckt, wie es prozent. Ja, naja. Hätte schlimmer sein können. Hier laufen ganz viele Elite, glaube ich war das. Das ist richtig im Kopf. Das müssen wir da. Boah, jetzt müssen wir trotzdem aufpassen. Weil da ganz viele... Verdammt. Schluck auf. Weil da auch ganz viele Elite laufen. Aber... Na ja, gut. Ich habe eigentlich gedacht, wir schaffen den. Wenn der jetzt sein Leben behalten würde und ich finde, dass ich komplett regenerieren würde, dann wäre das cool. Aber... Aber... Wie ihr seht, ist der wieder voll. Daher wird das etwas schlechter. So, wir müssten eh mal, glaube ich, verkaufen. Ich habe keine schlechte Idee. Okay. Vorher gehen wir jetzt die Vorratsgästen angucken. So viele arg viele Quests haben wir ja gar nicht mehr. Wir müssten theoretisch auch bei Dörn den Immersatten töten. Theoretisch. Das Problem mit Dörn ist, da brauchen wir wirklich ein kleines Kopfchen von... Drei Mann. Der ist echt krass. Ich glaube, alles war nicht mehr, aber... Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir hier sind, auf jeden Fall. Oh... Warte sagen... Oh, der ist... Er wird dann sogar schnell tot, oder? Nur Akku gezogen. Nur Akku gezogen. Alles cool. Wir müssen auch mal unsere Stoßzene abgeben. Hm, wenn ich sie sehen würde. Wenn ich sie sehen würde. Ähm... Ja... Da. Konnte mich zweimal abgeben. Ähm... Wir sind gerade mitten im Nirgendwo mal wieder. Oder? Wir müssen ja da hin. Wir wollten nur mal die Kisten gucken, ob das möglich ist, wenn rumzueiern zu holen. Oder ob das zu riskant ist. Weil im Prinzip liegen die Kisten liegen so am Rand rum. Man musste nur sammeln. Man musste nur sammeln. Das sieht auch ganz gut aus. Weil der ist nicht Elite. Das war eine Elite. Oh, eigentlich ganz easy. Okay. Ich hab irgendwie im Kopf gehabt, dass das Elite ist. Ach, eigentlich. Ich denke, warum krieg ich dann Mana zurück? Wenn man ja tot, dann geht der Aspekt der Lieb anscheinend aus. Der oberste aber auch. Das selbe, oder? Und die trocken das nicht, ne? Wow. Oh, nein. Meine lieben auch irgendwie da rum. Hm. Oder da unten. Naja, ist ja egal. Weg ist weg. Das ist ja eine nette Kiste für uns. Schön. Die wir hauen müssen. Unglaublich. Und für Blisten-Teilnehmerin. Dann können wir auch wieder eins abgeben. Diese Kiste aufbauen. Gut. Und für... ... ... ... ... ... ... ... ... Wow, wow, wow. Auch wieder ein Küstchen. Schöner nachholen. Aber ich glaube, hier gibt es nachher auch noch eine Gerätsetzung. So richtig im Kopf, hopp. Man darf und 20 killen müssen. Wie so immer. Wie so immer. So, ich schaffe jetzt auch die Küste hier. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder ist Let's Play WoW The Baron Crusade. Und lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Ciao.